Da ist sauber. Was ist, da kommst du mal dahin und dann... War ich da nicht gerade? Doch. Da war ich ein bisschen nubig. Zwei Galaxies fliegen da rüber. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen was verkackt. So ein bisschen was verkackt haben. Das sind unsere. Schießen die sich schon gegenseitig? Haben wir noch keine Gegner gefunden, oder wie? Boah, da kommst du den Berg nicht hoch, mit den schweren. Und wie soll ich da noch hoch? Mal da rüber. Alter, die Folgen sind so scheiße. Die kommen ja nicht rüber. Muss ich da ganz außen rumlaufen? Ich glaube, man scheint Ahnung zu haben. Oder auch nicht. Aber ich gehe nicht auf Esamir, wo gar nichts los ist. Das heißt, noch toter als Töter. Ich glaube, hier komme ich entlang. Und dann komme ich über den Bergrücken drüber. Jawohl. Das ist natürlich auch unsere, wo der rumsteht. Nicht einfach den. Ich gehe jetzt mal in den Bergrücken drüber. Ich gehe irgendwo mal in Deckung. Guck, dass ich irgendwas zwischendurch wegfarmen kann. Bisschen positiver zu werden hier. Also, dass nicht nur das Positiv mein Alkomat-Test heute ist. Spawn peeken. Achso, ein bisschen. Also, das war der Galaxy-Trop, wo der reingekommen ist. Ich weiß gar nicht, kann ich durch das Schild durchperf, so Fußsoldat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein. Komme ich nicht. Die haben jetzt einen gegenseitigen Galaxy-Trop und eine Invasion gestartet. Ich komme hier nirgendwo nah genug an den Fight. Okay, was ist denn jetzt abgeblasen? Nein! Das ist doch doof. Spawn endern. Nein, nicht dieser mir. Ah, märisch. Die Folge ist rum. Dann gehen wir wieder an eine andere Station. Kann ich nicht spawnen. Gehen wir mal da hin. Ich brauche echt mehr Kills. Das ist echt mehr Kills, brauche. Ah, mehr Skill. Kann man den kaufen? Essen? Oder so? Recht nicht verkehrt. Päckchen Skill für Noobs. Sind ja auch noch Gegner. Das ist sauber. Heißt, da kommst du mal dahin und dann... Ach du Scheiße. Guck, du sterbst schon wieder. Ich weiß nicht von wo, was oder warum, aber ich bin schon wieder tot. Wenn ich mal wüsste, was ich machen sollte, dass ich nicht immer so verrecke. Ich bin, glaube ich, zu offensiv dabei. Guck schon wieder. Ich laufe nur rum. Da kannst du nur abwaggen. Da seitlich einer steht. Wo er mich abgefarmt hat. So, da sind wir bei A. No more Fragnites, no more Fragnites. Nooo. Einen habe ich mitgenommen. Einen habe ich. Das ist ja fast viel. Das ist geil auf dem Dach. Ja, das ist geil auf dem Dach. Spreng mal. Jawohl. Ich mach mal ein paar Punkte. Noch ein Punkt. Oh, das wird mal langsam eine Streak. Oh, aber jetzt. Aber jetzt hat er mir alles gut. Drei Kills. Drei Kills am Stück. Ja, so macht man das. So geht das. Peinlich ist das. Nur abwärmlich. Nur abwärmlich ist. Drei Kills. Und dann müssen wir wirklich leben. Und dann treffe ich den Arsch. Schau nicht mal. Jetzt ist er weg. Der ist auch weg. Ich glaube, den Pusher mal abgeschlagen. Dann bräuchte ich noch ein paar Sanis eigentlich hier, um nur die Toten zu weppen. Die Waffen sind einfach zu stark. Ich komme nicht schnell genug hinterher. zwei Nachrichten. Ja, ich muss aufpassen. Die hocken so oben wie die Molokken. Aber jetzt ist ein Dachkampf draus oder hier? Wow, Kamera 64. Kurz nur gesagt, falls es niemand gesehen hat. So, dann, das Dachhammer. Das war noch nicht ganz safe, aber wir haben es. Fast ganz safe. Das Problem sind denn die Spawn-Beacons. Die ist jetzt auch down. Ich weiß zwar nicht, wo ich die Granate jetzt gerade hingeworfen habe, aber... Einen hat es erwischt auf jeden Fall. Was sieht es denn aus? 11, 23 ist okay. Sieht deutlich besser aus als eben. Ach, da ist eine Max. Bleib in der Linkung, du wirst gewinnt. Ach, das hat er mich ja... Erwischt. Oh, was? Ja. Aber erst mal weg. Oh, du Scheiße. Ach, du Kegi. Hier. Auf der Uhr mit meinem Jeephorn. Klicz auf die Fresse. Kommt da einer rein? Kommt da einer. Oder auch nicht. Da hat es gesehen. Ah. Scheiße. So kurz schreiben. Tag.